Wir sind die Gruppe Respekt für alle, sozial und demokratisch. Mit großer Freude und Engagement möchten wir uns für ein vielfältiges Zusammenleben in allen einsetzen. Wir fordern Respekt für alle. Egal welcher Religion, welcher Nation oder welcher Hautfarbe. Mensch sein, das ist uns wichtig. Denn gegenseitiger Respekt ist die Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben. Der Ein-Integrationsrat bildet eine wichtige Brücke zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, der Verwaltung und der Politik. Wir möchten in unserer Stadt aktiv mitgestalten. Am 13. September wird der Rat für die nächsten fünf Jahre neu gewählt. Unterstütze uns bei der Bildung eines neuen Rates. Wir stehen für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und natürlich Vielfalt. Du kannst wählen, wenn du in allen wohnst, wenn du 16 Jahre alt bist, wenn du einen ausländischen Pass hast oder eingebürgert bist. Geh wählen! Es ist dein Recht. Jede Stimme zählt. Am 13. September Mach dein Kreuz bei uns. Respekt für alle! Bis zum nächsten Mal!